Katana, voll die Katana-Action, jetzt haben wir schon drei. Also ich habe jetzt noch eins an die Päckchen, habe ich, man braucht. Oh, wir sind hier am Hafen. Oh, das soll jetzt hier wissen, wir haben unsere NPCs. Ich kann gar nicht gerade draufhüpfen, weißt du? Ach, das war das mit dem Dachgedönste da? Ne, das ist das mit diesen Stromgeneratoren. Wo sich einer opfern muss. Ja. Ich opfer mich dann auch freiwillig. Du Opfer. Ja, ich opfer. Ja, ich opfer. Sie hat zwei Gruppen, oder warum war das? Ähm, ich wollte noch nicht mehr. 16 Kanister brauchen wir auf jeden Fall. Ich geh mit fast rechts. Ich hab Angst. Das klingt schon gut an hier. Eskalationsteam. Das ist der erste Kanister. Oh, da ist ein Jockey, Jockey, Jockey. Ah, danke. Uuuuh. Das ist auch so, das war ja der NPC. Im Kockock, ach so, die Kanister zeigt er an. Mal machen es, ich bringe schon mal diesen Weg. Ja. Wir werfen die erstmal nur dahin. Hm. Nicht auffüllen. Und jetzt so mehr wir die auffüllen, mehr Zombies kommen, glaube. Auch immer das Gefühl mit dürfen und auch nur dahin schießen, sonst haben wir die Arschkauze. Schascha. Hu 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 hu. Epik ausgewichen. Uh hu. Epik ausgewichen. Deutlich kräftige Zombies, Andermann, der haben einfach nicht. Was, mein Partner? Ha, der verrückt mich auch noch. Haha. Oh, Sokoffe. Boah, bei mir hört's gar nicht aufzuhören. Woe. Wir können nur einen gehackt. auch vor ist ja wir können ist auch nur natürlich wir nehmen wir von hier noch einen mit und dann gehen wir gleich dann gehen wir gleich zurzeit wieder zurück den von rechts unten die das auch noch nicht die holen die ganzen sachen und wir sind hier mit zombies rum ich auch mit den unwichtigen sachen sind zwei wir haben gleich richtig verschissen wenn aus was den alle in brand gehen das sind noch zwei weg wir gehen überhaupt straße ich kann jetzt aber bitte vorsichtig schießen naja jedenfalls und schilder noch und hier oben ist er tank die spielen mich retten habe ich noch eben hier du scheiß wie es sieht er auch da unten rum und tank ist dann aber ich muss jetzt ja ich komme zu dir hamster wenn ich das ist ja hier hier da und in der wir haben mögliche wir kriegen wir echt wie kriegen ich den titel sterbe er nie gewöhnt werden wir sterben hier ohne Ende da wo die ganzen Kanister liegend sind auch noch um den ganz Medikets das ist ja nur so können sie dann sterben ist er es ist auch unter und warum bleibst du da oben meine liebe leute ich habe ja alles um mich rum am star kommst du mit drunter der nächste starke sollte den tor sonst ich habe ihre alles angelogen ja ich wollte nur diesen einen ja ich sterbe gleich kriegt aber wir haben jetzt hier noch ein mindestens ich weiß nicht ordentlich am prinzip sehen muss ja nur die weißen dinge einsammeln wir stehen jetzt noch zwei oder so wollen wir sammeln soviel 1 2 1 2 liegen auch mir die plexen wir kommen oder so zirka und ich würde so gemacht allein müssen wir geben wir werden der wald hier die invasion ab das nenne ich mal team oh mein gott oh mein gott um ein kopf und tricks wie hilfe 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 ich habe keinen schul danke auch immer das glück dass mich immer so ein tricks hier bestimmen wir brauchen aber noch welche ich habe ich natürlich keine motion bloß nicht auf die kanisterchen schießen ja ich habe noch einen doch doch ich habe noch sechs leben ja hier sind noch media ein medikit liegt da bestimmt wenigstens noch da auf dem tisch das fehlen auch genau die die in der ecke sind ja wie kommen wir in der eigentliche aua 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 scheiße 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 ich komme zu tisch ich bin da reingegangen mit mindestens der hälfte vom leben woraus tun er hat hier zum lieben bei jedem die Kanister runter Achtung einmal der ist mir gut und ich sehe ihn gar nicht jetzt geht es wie Basti? Ach ne Basti hat Escort, Escort, Escort ja ich bin hinter dir alles chillig hier um rechts was? hey Zombie du mal so ich würde da noch nie einpacken ja man die Brücke los Leute go 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 mach hin Amstau kommt zurück komm zurück komm zurück ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr schweb ich fahr ich fahr du hab ich ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr ich fahr 3 minuten für das spiel immer der haben ich mag warum habe ich nur einen nahkampf kill ich habe auch viel mehr im nahkampf ich habe keine ich habe drei boomer getötet ich habe die meisten verbindenden aufgeschossen die meisten wiedergelebt ohne mich hätte alle gestorben die von den haben nicht gestorben was dann wurden da um gott kopfschüsse 4 prozent ja würde ich sagen wir mal die nächste kampagne das ding ist voll böse ist auch nicht so komische clowns die einen immer anfallen das witzige ist jetzt die drücke habe ich hier oben so einen roten stream will auf der spiel ein zumbie maus und es lädt und es lädt Loading, you must be this tall to die, oh ja, 3, 2, 1, Käse, 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 okay, you must be this tall to die, ich freu mich, ich wollte schon immer mal wieder auf den Jahrmarkt gehen, ich freu mich auch, ich wollte auch schon immer wieder mal sterben, daran soll sich scheutern, das ist ein hoher Preis für den Jahrmarkt, ne, das Leben, hm, habe ich meine Destination angeguckt, ne, noch.